Aloha und Willkommen zurück zu einer neuen Folge e.op mit mir und dem Pat, hallo! So, dann würde ich sagen starten wir direkt mal, indem ich dich da runterkriege. Ja, ich... Schade. Hat fast geklappt. Nein! Sogar so ist das dann auch nicht, ne? Da fällt er selber runter, haha. So, wie kommen wir da jetzt hoch? Ich glaube die Frage haben wir uns vom letzten Mal auch schon gestellt. Ähm, gut, warte mal, ich glaube ich muss da einfach mal durchgehen. Warte mal, das Grimmische. Dann muss ich aber erstmal nach da, damit wir den... Genau, dann muss ich mal die Punkte einsammeln. Wow! Jetzt könnte ich zu dir, dann kann ich dich runterwerfen. Genau, dann könnten wir uns den Echsten holen. Uhhh, natürlich läuft der nicht weit genug, das war so klar. Ich bin gestorben. Ne, ich bin auch gestorben. Da unten können wir uns da... Lachend in die Kreissäge, oder wie war das? Ja. Drei Bier fürs Sechwerk. Genau. Fünf Bier, ne? Drei Bier heißt. Fünf Bier. So, da oben gab's keine Puppe, das musste ich ja... Nein, ich will da nicht durch. Und runter und... Hepp. Juhu. Tag. Hi. Sprech mal runter. Punkte, 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 soo. Weltkaltes Sau. Ja, natürlich. So, wie kommen wir jetzt noch da oben? Ich tu mich recht leid, weil ich klein bin. Hehehe. Hätte ich auch... Mach ihn tot, mach ihn tot. Den auch gleich? Ja. Aber da ist schon mal grün, da kann nur ich durch. Aber hier kannst du durch, dann kommst du von unten. Haha. Ah, ah, so lacht das einfach. So, das heißt, du musst den jetzt kaputt machen. Steh rein, die Bauch. Doin. Lass mich runter. So, und jetzt? Oh. Jetzt steh ich auf Wiedersehen. Was mach ich jetzt? Ich könnte da... Du musst jetzt... Die muss jetzt wieder wer hochhelfen, oder? Was ist denn eigentlich mit dem Typ hier dahin? Den haben wir nicht platt gemacht. Mach mal noch platt. Ich hoffe auch nicht. Schmeiß ihn einfach mal rüber. Reicht ned. Bald du zu klein bist. Warte, ich komm. Jetzt nochmal von da, da geht's. Boing. So, und jetzt irgendwie wieder da rum. Wupp. Ist viel schwer, wenn die ganzen Viecher nicht da sind. Geht's nicht mehr einfacher, gell? Ja, doch. Achso, ich muss springen. Ja, haha. Boing. Komm ich dann hin. Kommst dann... Da unten irgendwie. Aber ich kann dir helfen und kann wieder rumgehen. Ach, sieh mal einer gucken. So läuft das also. Wuh. Tschö. Tschö. Wupp. Hoppala, das war ein bisschen zu wenig. Tschö. Wupp. Ah, ich find das voll mächtig. Wuh. Schon sind wir irgendwie grad größer. Ach, das ist ran gesoomt. Ich dachte schon grad, sind wir größer. Oh. Wow, die schauen auch mächtig Spaß aus. Alter, wuh. 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 Das gibt zwar gar keinen Sinn, aber... Ich bin jetzt einfach mal nach rechts. Alter, ich bin jetzt saustark. Gibt die Plausen, ob das Sinn? Ja, wir kommen. Wir müssen da unten rein. Irgendwie. Tata. Hör mal, wir müssen wieder nach links, glaube ich, schon fast. Ne, da müssen wir auch nicht hin. Wir müssen irgendwie die große Blase und müssen bremsen. Schau mal her. Ich weiß nicht, wie ich noch mehr bremsen soll. Verdammte Scheiße. Ach, da hat doch einer die Bremsleitung durchschnitt. Ne, wir müssen tippen mal drauf, dass wir auch gleichzeitig durch müssen. Kann das sein? Das wäre natürlich noch eine Option. Das heißt, wir gehen jetzt da her und springen gleichzeitig, Apo. Warte da? Auf drei. Kann einfach mitspringen. Woh. Ich bin auf dir gelandet. Ah, ah, ah. Müssen wir nochmal probieren. Fängt wahrscheinlich nichts, wenn wir da übereinander wegspringen. Müssen wir wirklich nebeneinander gleichzeitig wegspringen. Probieren wir es einmal. Auf drei. Eins, zwei, drei. Ha, überholt. Wieso fliege ich immer schneller wie du? Weil du kleiner bist. Machen wir uns gegenseitig die Blasen kaputt. Pluck, 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 pluck. Komm, die Kacke. Da fahren wir doch. Wir müssen nochmal die Blase so gut wie es geht ausnutzen. Warte mal, ich war da richtig drückstand. Du kannst nämlich da ein bisschen gegenlenken, glaube ich. Wuh, jawohl. Aber wenn wir nicht zusammen drin sind, dann fällt es jetzt so schnell durch, ne? Ja, aber wir können ein bisschen gegenlenken. Können wir nicht abbremsen. Aber wenn wir jetzt... Nebeneinander runterfallen, das wäre voll. Genau. Ah, jetzt. So, gleich. Nein, jetzt bin ich schon wieder an. Gleich, 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 und einfach mal an, wenn wir jetzt dann so. So, jetzt hat probieren wir mal die Blase rein. Na, jetzt haben wir es schon wieder. Alter, das ist echt, das ist echt der von schlechten Eltern, das. Den gehen wir nochmal weg und springen wir noch und schauen wir nochmal von der Seite hin. Wir können uns ja aber irgendwie mit die Pfalte aus ein bisschen abbremsen, wenn wir gegen drücken, glaube ich. Müssen wir mal ausprobieren. Springen wir jetzt einfach mal rüber auf drei. Eins, zwei, drei. Und zwar ohne da mal in die Blase reinhüpfen. Weil, schauen wir mal, bist du schneller, ich bin schneller wie du, gell? Naja, sieht so aus. Müssen wir mal in die Blase reinzukommen, irgendwie. So, dann brems ich jetzt mal ab. Jetzt kommen wir mal mit rein. Na, warte. Gleich, nein. Na. Wir müssen die Blase voll erwischen, sonst bremst es nicht genug. Na, das sah doch gut aus. Ja. Uh, verdammt. Das ist schon wieder so eine. Bitte, bitte, nein! So eine richtig blöde Stelle, ey. Aber Vollgas. Na, Gott. Jetzt aber. Jetzt aber. Nein, nein, nein. So, jetzt schauen wir mal, wie wir gemeinsam mit der Blase in Wund drin sind. So, beim nächsten Mal. Nein, rausgefallen. So, beim nächsten Mal, warte mal. Lass nochmal durchfallen. Jetzt halt. Na. Ja, meine, wir waren dort zum 2.000 Land, warte mal, beim nächsten Mal. Genau, jetzt schaut's gut oder jetzt halt dann? Ja, das ist... Jetzt halt's gut aus, schau vom Zamm stehen hier. Das gehen wir wieder zu weit auseinander, weil du wieder zu schnell bist. Wird schneller gefälligst. Ich kann aber einfach, weil neben der Blase hier... Was ist beim nächsten? Na. Oh, was ist das denn für ein Dreck, ey? Aber Vollgas. Jetzt können wir hier eine ganze Folge in den Blasen runterfallen. Das ist ja... Das ist nicht schön. So, jetzt schauen wir einfach mal, dass wir da nochmal ein bisschen abbremsen und dann... Ja, klappen Ihnen klappt es jetzt, oder wie? Hey, nochmal voll zum Kotzen. Warte mal, aber wir müssen gar nicht gleichzeitig durch. Du kannst jetzt hinterher, oder? Warte mal, du könntest mich doch jetzt... Geh mal zu mir her. Gut, aber jetzt. Spring mal auf mich drauf. Ich schubs, schmeiß dich jetzt da runter. Und du stellst dich dann auf den Absatz da her. Okay, ich kann's versuchen. Hoppala, das wollt ich jetzt nicht. So, nochmal. Spring da nicht. Nee. Wo ist das, springt der denn nicht, der? Wo bin ich denn jetzt? Hä? Jetzt halt. Das macht ja nichts. Jetzt bleib mal, geh mal so weit links an den Rand drüber, wie es geht, dass ich was sehe. Jetzt schau ich, dass ich irgendwie durchkomme. Aha, das ist jetzt also die Taktik, wenn einer ein Vollhorst ist, so wie ich. Dankeschön. Ja, das schaut bei mir aber auch nicht für besser aus im Moment. Das ist jetzt auch nicht für besser aus dem Moment. Das ist jetzt die Taktik. 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 Und jetzt schau ich nach. Nein, da spring ich eben in die Blase. Nee, ich kann nicht. Ja, ja. Jawoll. Ähm, schmeiß mich mal in die Blase rein. Oh fuck, nicht gesprungen. Das war, das war sildfrei. So, schmack mal rein. Jetzt bin ich in der Kopf. Alle guten Dinge sind vorbei. Drei, wollte ich sagen. Mit Anlauf jetzt. Das war auch nichts. Oh, kriegen wir hin. So geht's auch nicht. Bin ich zu schnell? Nein. So, hüpfen wir mal. Jawohl. Ah, es ist nicht... Nee, kann das nicht sein. Dann hat der Schwung von der Drecksblase gekregen. Nochmal. Oh, jetzt hat er da war. Alter. Ich will es nochmal, du vielleicht kommst du hoch. Na, aber es bringt ja nichts, weil ich kann ja oben durch. Ja, du kannst mir ja hochhelfen dann. Ich will es einfach mal. Oh, Harklott. Angeeckt. Du wirst mit deinem Holzkopf angestoßen. Ich nur nicht. Nein. Wieder drehen. Ich komme. Mach den kaputt. Du hilfst mir da jetzt einfach irgendwie... Ja, toll, dann stehst du da oben. Das bringt uns auch nichts. Du musst durch diese Blase schon durch. Ha, verdammte Kacke. Ich will da nicht durch. Flieger mal genau daneben runter und schmeiß mich da nochmal rein. Da hängen wir auch einfach zusammen, ne? Ja, das ist immer zu schnell für den Fall. Muss ich trotzdem durch. Ja, nicht gesprungen. Geil. Mensch, was treibt er denn? Wieso muss der Kleine mir doch sowas durch? Wenn wir jetzt versuche ich mal ein bisschen später abzuspringen, dass ich in der Blase weiter unten bin. Ja, das war zu spät. So, again. Das sieht gut aus. Nein. Ach, herrlich, ey. Nochmal. Nein, das ist nicht herrlich. Doch. Wie er immer echt zu klein ist. Ja, ja. Alter. Jetzt hat er aber, komm. Nein. Aber es wird näher. Es wird näher. Nein, das war zu spät. Jetzt komm, geh. Alter. Alter. Schön. Mit er so zum Kotzen, wenn man zu klein ist. Alter, ich will da hoch. Ja. Ich will weiter. Da war mit ganz viel Anlauf. Ja, ich kann nur Springer vergessen. Sobald du fallst, ich muss da springen, wo du noch hochfliegst. Das ist voll öde, Mann. Jetzt. Du scheiß Drecksblase. Ich hasse dich. Ich hasse dich abgrundtief. Das weiß sie. Deswegen lässt sie dich immer fallen. Meinst du, wenn ich sowas sage wie ich liebe dich, dann wird es besser? Wer weiß. Und wenn du, wenn du in der Blase bist, einmal kurz aufhörst, quasi springen zu drücken, dass du wieder ein Stück runter sinkst und dann von ganz unten mit Anlauf. Hä? Du kannst in der Blase ja aufhören, quasi hoch zu drücken, damit du hochfliegst, damit du wieder ein Stück absinkst, damit du, wenn du in der Mitte von der Blase bist, so möglichst nach unten. Ja, das kann ich probieren. Versuchen jetzt hier alle Tricks, die wir finden können. Na. Ja. Aber du musst da durch, anders. Anders, da geht es wirklich. Anders, da geht es wirklich. Das ist nett. Du zu unfähig bist, mir da hoch zu helfen. Du bist schuld. Natürlich, natürlich. Ja, klar. Ganz logisch. Ich erinnere, ob du die Idee kommst, das Spiel zu spielen. Das wüsste ich auch mal gerne. Das muss schon ein ganz kranker Vogel gewesen sein. Asozialer. Ach, das ist ja klein, ey. Unglaublich. Jetzt halt. Ja, 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 ja. Alter. Aber es hat gut ausgeschaut. Besser wie vorher. Theoretisch sind wir ja schon durch, ne? Praktisch ist halt so die Sache. Ja, theoretisch sind wir schon dreimal durch. Und mit ganz viel... Das war zu früh im Sprung, schätze ich. Sag mal, kann ich da irgendwie noch Schwung holen? Warte mal, vielleicht kann ich da mit ein bisschen hin und her wippen noch ein bisschen Schwung rausholen. Ne, kann ich nicht. Rühr auf mich mal kurz nochmal. Okay. Ach, fuck. Blödes Ding, blödes. Sieht's noch schlechter aus, glaub ich, von mir. Ah, nein. Kriegt ja einen Nervenkollaps wie in dem Drecksding. Mhm. Oh. Jetzt hüpft der nicht. Oh, 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 oh. Ja, das ist das Berühmte. Wir müssen ja die Folge vollkriegen. Das fällt doch ein Begriff fehlern. Oh, oh. Alter. Ich muss mich irgendwo hinwerfen. Einen Ecke setzen oder so. Ja, mal, ich bin nochmal. Opa, jetzt schmeiß ich mich runter. Ich kann mich mal ein bisschen genau so nach rechts stehen und jetzt lauf nochmal an und schau sauber. Ja, ja, ja. Kacke. Ja, ja, ja. Ja, ja. Yay. Und Punkte. Oh, fast 199. Ja, das ist ja hart. So, das ist wunderbar. Das ist auch direkt das Ende dann dieser Folge. Okay. Das haben wir ja zeitlich sehr gut geschafft. Alles klar. Sehen wir uns im nächsten Part. Jo. Tschöö. Tschöö. Bis zum nächsten Mal.